hallo hallo koch mit andrea schön dass er wieder dabei ist ich habe gestern auf instagram von der zwiebel hulder ein rezept gesehen schnelle blätterteigstangen und das wollte ich mit euch teilen weil ich das ganz interessant fand wir müssen ein bisschen was an ändern aber das sage ich euch wie wir brauchen fertigen blätterteig außer kühlung und dann habe ich hier pesto genova aber ich habe jetzt nicht von barilla sondern nur nehmen weil ich das da hatte habe ich gedacht kann ich das heute mal ausprobieren und euch zeigen vielleicht ist das ja auch was für euch mal schnelle fernsehabende oder zum picknick oder einfach auch mal zwischendurch zum essen so das tun wir uns hier drauf und streichen das natürlich wir brauchen das nämlich heute auch zu unserem fernsehabend wir haben heute sonntag und dann könnt ihr ja wahrscheinlich erahnen für was aber wenn das gezeigt wird dann haben wir schon dieses doch aber ich fand das sehr interessant dieses rezept und da habe ich gedacht dann zeige ich euch das mal manchmal gibt es ja ganz interessante sachen auf instagram wer kennt da auch die zwiebel hulder die hat ja auch ein eigener shop mit gewürzen und ölen wie gesagt ich bin aber kein kooperationspartner von ihr also ich mache das jetzt so weil mich das rezept angesprochen hat so und jetzt so ich kese drauf ich habe vier käse mix nehme ich und die zwiebel hulder hat räucherkäse genommen aber den weiß ich gar nicht ob bei denen hier bei uns in niedersachsen kriegen aber ich nehme den jetzt vier mix käse das kommt jetzt einfach hier so drauf oder bei ihr heißt der rauchkäse aber wie gesagt ich habe mich da nicht mit auseinander gesetzt ob wir den hier bei uns in niedersachsen auch kriegen deswegen diesen ich genommen ihr käse mix backofen habe ich auf 180 grad schon vorgeheizt jetzt tue ich das einfach so hier rein so und jetzt tue ich hier noch ein paar sesamkörner rein und sie hat die angerüstet was ich jetzt weil es schnell gehen muss nicht machen ich nehme ganz normale sesamkörner ungerüstet gesagt wenn er ein bisschen angerüstet ist soll das ein bisschen besser schmecken aber das könnt ihr ja dann für euch vielleicht machen einfach so drüber wie viel hier drauf würde es euch überlassen so und jetzt kommt schon der deckel drauf wie gesagt dass kein hitzenwert aber schmeckt wirklich saulecker eine schnelle sache und richtig lecker und schnelle sachen sind doch immer gut so und das jetzt einfach oben drauf jetzt sehen wir noch ein bisschen jetzt könnt ihr ein verkühltes und einstreichen oder mit mir also ich mache das jetzt schnell mit milch die ich natürlich nicht geholt habe ich hole die mal unsere milch ist da jetzt einfach so ein pinseln wie man es mit ein ei macht gesagt wir könnten ein nehmen oder halt milch das ist bei uns ist heute schon wieder so warm das ist wirklich nicht mein wetter habe ich voll mit der atmung zu tun so und jetzt oder ihr könnt auch ein gutes messer nehmen schneidet und jetzt schneidet er so zwei bis drei zentimeter große stücke so jetzt zeige ich euch mal wie das gemeint ist den rest mache ich dann schnell alleine guckt das ist ein bisschen breit geworden aber egal so jetzt einfach drehen so nach der seite und so nach der seite drehen dass es dann so ist guckt und das kommt dann aus zeige ich es euch nochmal na so eigentlich ganz einfach aber man stellt sich einfach zu blöde an so seht ihr das denn und jetzt so rum guckt ich zeige es euch dann so jetzt drehe ich die anderen mal schnell alleine ihr habt es ja gesehen ich zeige es euch nochmal an einem dann mache ich den rest alleine ja manche können das in der hand nehmen und drehen aber das ist zu lang naja es ist keiner perfekt so jetzt wieder so rumdrehen und hier jetzt andersrum drehen und dann aufs backblech so die anderen mache ich jetzt schnell selber und dann zeige ich es euch auf dem backblech so guckt so sind die fertigen nicht fertig sind sie nicht aber fertig her bestellen gedrehten blätterteichstangen die gehen jetzt im backofen bei 180 grad ungefähr 10 minuten und wenn sie dann fertig ausgebacken ist dann zeige ich es euch wieder dann bis gleich so sehen die fertigen stangen aus ich finde die richtig lecker und wir werden sie uns heute schmecken lassen wie gesagt ich kann die noch gar nicht anfassen weil die noch ganz warm sind beziehungsweise nicht warm sogar heiß aber so sehen sie halt aus wird gleich mal eine hochheben ich stelle jetzt schon mal einen auf dem teller ich glaube ich am einfachsten guckt so sehen sie aus und dann lassen wir sie uns heute abend schmecken wie gesagt das rezept habe ich von instagram von der zwiebel hulder und ich habe es jetzt für euch mal verfilmt vielleicht ist das für euch auch was wie gesagt und dann passt gut auf euch auf und ein däumchen nach oben wäre ganz nett und ein kostenloses abo wäre auch ganz gut und vielleicht mal in die kommentare schreiben was ihr vielleicht noch sehen wollt dann kann ich mich danach vielleicht auch mal richten ein bild hänge ich hinten noch dran und dann bis zum nächsten video eure andrea ciao